ja hallo und herzlich willkommen hier ist euer milka 12 und zwar hier habe jetzt wieder road to msr nummer zwei partnummer 2 zumindest ja und zwar wie bei den videos was ich immer mache immer zwischen die parts eine wochen also die werden immer ungefähr nur zehn minuten dauern weil das hochlauen dauert ewig und das kostet bei meinem internet abhacken und ja ich habe einen hitmaker gekriegt oh mein gott ich habe einen hitmaker bekommen sicher die welt war es oh da spielt wer mit taktik ein stück das ist so optimal der ziehe klein mal hier glück Angst! 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 Ich hau einfach blöd aus. Wenn du erwischst, gut, wenn ich nicht Pech habe. Heli ist da. Das ist hart gesklaut, aber so wie jetzt da. Den darf ich davon wirklich haben. So, schau ich mal da hin. Verdammt! Egal, Heli habe ich. Da bin ich nicht. Na, Schaut. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Da bin ich nicht. Oh, mein Gott. Ich hab schon seit 3 Tagen nicht mehr gespült, nein 4, schon wieder einmal, hab mir gedacht ich muss einmal so wieder auf Folge machen. Aber tut da, vielleicht erst dass das da, ah schade. Da ist wieder einer. Ich tue zwar etwas hardscope, aber es ist mir eigentlich egal. Und bei Frau auf 4 Cent. Okay. Wo ist denn da? Nein, das war hardscope, Alter. Das war schon wieder der letzte Kühlschrank. Mein Gott, das will. Egal. Nooo. Hört's gut, nein. Warum nicht? Warum hab ich so eine schlechte Verbindung? Aber in deinem hat es ja verkleckt, war ja gar nicht aufgefallen. Siehst du? Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Ja, ja.